Hallo meine lieben Freunde, heute geht es um Immobilien. Wie ich von den anderen gehört habe, wird die Situation auf dem Markt immer schlechter hier in Alanya. Die Preise sind zu hoch, man sagt immer, man bekommt keine günstigen Immobilien mehr, aber man bekommt noch günstige Immobilien. Das muss ich dazu sagen. Ich kann euch da auch behöflich sein, wenn ihr wirklich günstige Immobilien sucht, das ist wichtig. Auch ein guter Freund von mir, Florian, ist da sehr gut informiert, kennt sehr viele Leute, die auch Immobilien verkaufen möchten. Das erfährt man immer so, wenn man zusammensitzt, wenn ich mit Florian mal zusammensitze und wir trinken mal Tee außerhalb, da sind wir auch so mal die letzte Zeit im Gespräch gekommen und wie gesagt, wir kennen ja das Problem, unsere Auswanderer die meisten mieten, aber manche möchten ja natürlich auch kaufen. Weil manche ja behaupten, günstig gibt es nicht mehr. Natürlich ist es schwerer geworden, aber günstige Immobilien gibt es immer noch. Man muss bloß schauen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Zum Beispiel hätten wir Immobilien, drei Zimmer mit Pool in Mahmutla für 29.000 Euro. Ist nicht viel, ist günstig. Oder eine andere Immobilie, 26.000 Euro, Zwei-Zimmer-Wohnung, vollmöbliert. Oder hier zum Beispiel eine Wohnung, drei Zimmer, Neubau mit Pool und Mehrblick für 34.000 Euro. So was gibt es auch. Das muss nicht immer 50.000 kosten, das ist alles Blödsinn. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach unter die Mail-Adresse, die steht unten in der Maske, also unten im Anhang drin, sage ich mal Anhang, unter dem Video oder unter meine WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr mich immer erreichen, ganz wichtig. Und bitte, was auch ganz wichtig ist, ihr müsst bitte eine Beschreibung abgeben, was ihr an Wohnung sucht. Beschreibung, wie viele Zimmer, wo das ungefähr liegen soll und die Preisvorstellungen. Die müsste man wissen, damit man kalkulieren kann. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich diese Infos bekomme, zum Beispiel über Mähe, dann werde ich es sofort ausdrucken und weiterleiten. Und wir können auch in Kontakt bleiben, kein Problem, wenn ihr ernsthaft was sucht. Dieses Video ist nur für ernste Interessenten, die was kaufen möchten. Das ist ganz wichtig, nicht zur Spielerei. Weil die Kontakte, die man jetzt hat, die sind wirklich sehr gut. Und wie gesagt, es wird ja auch nur vermittelt und weitergeleitet. Mehr ist das ja auch nicht. Ja, dann liebe Grüße nach Deutschland und alles Gute bis dann, meine Freunde.